Klare Weiterempfehlung selbst, wenn es ein wenig teuer war. Der Nebel ist ziemlich stark, deswegen sollte man immer die Fenster oder eine Tür offen lassen. Der Lichterwechsel ist ansonsten sehr angehendem zu beobachten und man hört sogar ganz leises Plätschern. Das Gerät summt ein wenig aber es ist. Erfüllt seinen Zweck und riecht noch dazu gut mit den Duftölen. Perfect. I don't use it for sense. I just use water and it is a great humidifier so my room doesn't get to dry. Ich bin begeistert. Das Betriebsgeräusch ist angenehm da nicht laut. Hat ein beruhigendes Sohren. Die Farbwechselfunktion ist auch ein Hingucker. Leicht zu bedienen. Der Aromadiffuser wurde bereits ein Tag nach Bestellung geliefert. Die Verpackung war stabil und ist durchaus als Geschenk geeignet. Im Lieferumfang waren enthalten, der Diffuser, das Netzgerät, ein Messbecher und die Bedienungsanleitung. Das Gerät hat ein super Design, ist sehr stabil und ist einfach zu bedienen. Das LED-Licht wechselt im Auto-Modus ständig die F. Es ist aber auch möglich den Farbwechsel zu stoppen, sodass die Lampe nur an einer Farbe leuchtet. Das Licht ist immer sehr angenehm und stimmungsvoll. Ausrufezeichen der Diffuser ist ebenfalls sehr einfach zu bedienen und funktioniert wirklich gut. Man füllt einfach die entsprechende Wassermenge in den Behälter und gibt das Aromaöl nach Geschmack zu. Direkt nach dem Einschalten fängt das Gerät sofort an zu verdampfen. Man nimmt den angenehmen Duft sofort wahr. Der Dampfausstoß ist in zwei Stufen regelbar. Außerdem gibt es einen Timer für 1, 3, 6 Stunden und on. Bei on läuft der Diffuser so lange, bis das gesamte Wasser verdampft ist. Der Diffuser arbeitet sehr leise. Die Pumpe hört man eigentlich gar nicht. Man kann sich wunderbar entspannen. Dadurch, dass das Gerät keinen Rauch ausstößt, wie zum Beispiel Bei Räucherstäbchen, sondern das Öl mit dem Wasser verdampft, wird das Raumklima deutlich verbessert. Der Diffuser kann auch ohne das LED-Licht als Luftbefeuchter betrieben werden. Super Preis-Leistungs-Verhältnis. Absolute Kaufempfehlung. Bin sehr zufrieden, schaut gut aus, funktioniert ohne Probleme, genaue Bedienungsanleitung dabei gewesen. Prima! Der Aroma-Diffuser wurde komplikationsfrei umgetauscht. Der auf dem Foto ist super. Vielen Dank auch, ich bin sehr zufrieden. Sehr schönes Design, eine optisch saubere Verarbeitung. Die Bedingung ist auch ganz ohne Lesen der Anleitung möglich. Das Gerät funktioniert einwandfrei, und ohne großen Aufwand. Optisch schon mal ein sehr schönes Gerät. Habe ihn seit drei Wochen und bin sehr zufrieden. Der Deckel sitzt loser offen, tropft etwas beim Wasser nachfüllen. Doch dies ist nicht schlimm. Ich gebe immer noch einige Tropfen Eukalyptus oder Vanille hinzu. Die Farben der LEDs kann man im Wechsel laufen lassen oder eine bestimmte Farbe einstellen. Mir persönlich könnte noch mehr an Dampf herauskommen. Aber sonst Top-Gerät. Habe mich immer geärgert, weil meine Teelichter von den Duftlampen näher zwei bis drei Stunden halten. Mit dem Diffusor ist das kein Problem mehr. Wenn man auf das Teelichtfeeling verzichten kann, dann ist das Teil zu empfehlen. Ich liebe es. Es ist nicht laut. Der Nebel ist in zwei Stärken einstellbar. Einzig blöde, das Stromkabel. Ohne Kabel wäre ein Traum. Aber das ist halt so. Das Gerät ist sehr hübsch und gut verarbeitet. Die Bedienung ist sehr einfach und in der beiliegenden Anleitung gut beschrieben. Er hat zwei Dampfstufen und der Wechsel klappt super und wird durch akustische Signale bestätigt. Er macht ein leises gleichmäßiges Geräusch und plätschert ganz leise. Ich finde das sehr angenehm und entspannend. Ich bin froh diesen Diffusor gekauft zu haben und würde ihn absolut weiterempfehlen. Der Aroma Diffusor kam pünktlich an und war gut verpackt. Er wirkt sehr hochwertig und sieht mit seiner Schlichtheit sehr gut aus. Ich finde ihn sehr leise, am Tag fällt es fast gar nicht auf. Sehr praktisch. Abends schalte ich auf eine Stunde und schlafe mit leisem Wasserplätschern und mit schönem Licht ein und nach einer Stunde, wählbar auch zwei, oder drei Stunden, geht der Luftbefeuchter ohne Piepton aus. Verpackung Der Diffusor-Inhalt dieser Aroma Diffusor von Tautronics kommt minimal verpackt in einer recycelbaren Pappverpackung an. Im Lieferumfang befindet sich, der Diffusor-Netzteil. Nicht Wunder, es liegt im Diffusor. Einfach Deckel abnehmen. Bechermaß Werbeflyer Wichtige Eckdaten Leistung 13 Watt Max Produktqualität Fazit Das ist nicht mein erster Diffusor, den ich zu Hause habe. Bis dato waren es aber meist nur kleine Diffusor mit kleinem Fassungsvermögen und diese waren designtechnisch immer sehr langweilig. Das kann man zu diesem Diffusor nicht sagen. Sofern man seinen Wohnstil inhäufer Klick Link in Description for more Reviews. Thanks for your watching. Das ist nicht mein erster Diffusor, den ich zu Hause habe.